Servus, grüezi und hallo und herzlich willkommen zur 67. Folge Jacket Alliance 3 hier auf der Spielwiese. Kurzer Hinweis, in der letzten Folge habe ich fälschlicherweise 65 gesagt, die letzte Folge war natürlich 66. Jetzt sind wir dann in der 67. Und ja, in der letzten Folge haben wir ja hier ordentlich, was heißt Bier, ich habe ordentlich verkackt. Denn hier kommt der Jackhammer, oder wie der Typ heißt. Und ja, das ist, mit dem ist nicht zu spaßen offensichtlich. Am besten wäre ich, würde den rauslocken, glaube ich. Also der hat so eine Schrotflinte und die macht richtig Aua. Das ist das Problem bei der ganzen Schose. Wieso ist der eigentlich nochmal verletzt? Ich habe die letzte Folge schon etwas, ist schon etwas länger her, dass ich die gespielt habe. Bei mir ist etwas länger her, ein paar Tage. Und ich weiß schon nicht mehr genau, was ich gemacht habe. Aber warum ist der eigentlich schon verletzt? Was habe ich da gemacht? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nur, dass da eine Typ da unten, da oben, glaube ich, den Sossi umgenietet hat. So war das doch. Ich hoffe, der kommt raus. Da wird ja richtig eins auf den Dez. Ich glaube. Bereit für eine Kampf. Bereit für eine Kampf. Ob der Blatt den anderen hier mit seinem Messer killen könnte. Das wäre mal interessant zu erfahren, aber ich möchte es lieber nicht so ausführen. Auf jeden Fall ist das so eine Art Endboss. Hat man hier in dem Spiel selten genug. Tatsächlich. Na gut, ist das eigentlich ein Fenster? Kann man da durchschauen? Das ist vielleicht gar nicht so ungefährlich. Das schießt vielleicht durchs Fenster durch, der Typ. Ah, gucken wir mal. Ha! Das war's für dich, Kollege. Und der Nächste. Jawohl. So muss das sein. Aber den kann ich nicht angreifen, oder? Doch. Ach, Quatsch. Gut, hat nicht funktioniert, aber... Alles klar, hätte ich nicht gedacht. Ach, gucke mal. In Panik. Mhm. Kannst du dich da irgendwie treffen? Was für Mittel bräuchtest du da? So. Wir probieren es mal. Nee. Jetzt ist es zu spät. Okay. Spannend. Reaper. Reaper, wo bist du? Da. Da. Lade, ne? Ja, ich kann leider da nicht ballern, weil da sind ja Leute in der Nähe. Könntest du ihn theoretisch messern? Ich trau mich nicht rein. Ich sag dir, wie es ist. Ich trau mich. Oder ich sag's euch, wie es ist. Ich trau mich. Nicht rein. Wie ist der Plan? Ivan! Ich schaue mich an unseren Parkern. Scope, Sterling. Scope. Scope, weg. Ich schaue mich an unseren Parkern. Ich schaue mich an unseren Parkern. Ich schaue mich an unseren Parkern. Bis dahinten hin. Ich hab nur echt Schiss. Ich hab echt ein bisschen Schiss. Läuft der durchs Fenster ran, oder was? Ich hab' mit dem Parkern. Ja, tatsächlich. Oder? Ja. Ich probier's mal. Ich probier's mal. Das könnte noch. Das könnte noch schwierig werden für mich. Ich hab' mit dem Parkern. So krieg's ja nicht durch die Tür. Das ist ja doof. Aber was wir machen können... Copy that. Wir können... Wir können... Kann ich mich eigentlich noch verbergen? Ich könnte hier nochmal in die Hocke gehen und diesen hier machen. So. Eis bleibt wohl ist. Sossi könnte noch was machen. Auch hier nochmal die Überwachung. Mit hinlegen aber. Und in die bleibt wohl ist. Okay. Wir schauen mal. Ich hab' ein spezielles Besuch für dich. Oh la la la. Oh. 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 Oh la 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 la. Wenn ich versuche zu移ern, werden sie aus mir Swiss Cheese machen. Okay. Oh la la. Willst du eine Pizza? Das ist natürlich... Und der ist jetzt auch noch in der... Aber hat der nicht eine Fähigkeit, dass er quasi unter Überwachung abhauen kann? Löst keinen Unterbrechenangriff aus während Nachkampf auf... Ah ja genau. Also er kann nicht gehen. Aber er kann angreifen. Aber er kann angreifen. Jetzt ist natürlich die Frage... Nee. Er ist ja nicht in Gefahr eigentlich. Ne. Nur ich hab' das... Natürlich das Problem, dass mich der... Jackhammer da weg hämmert. Ich bin jetzt da... Und der ist oben. Der ist oben. Soll ich's probieren? Ich krieg' ja auch Eifer, wenn ich ihn treffe. Ach, probier's jetzt einfach mal. Ey, hallo? Ich dachte, der macht keinen Unterbrechenangriff. Fast den wollte ich gar nicht werfen. Ich wollte angreifen. Das ist doch scheiße. Das ist Betrug. Oh mein Gott. Das war nicht abgemacht. Das ist Betrug. Ja. Mach direkt nochmal. Schade Barry, aber du hast es schon ganz gut gemacht. Klick dich hin. Kalina. Mach den Rest. Ich hab's gewusst. Ah, Reaper. Warte mal. Mal den hier probieren. Ah, Reaper. Warte mal. Boi. Und? Jackhammer ist in Panik. Na, wenn das mal nicht... Wenn das mal nicht irgendwo zur Freude ist. So, dann... Hätte ich gesagt. Das ist alles eine Gratis-Bewegung. Volle... Wie, nur 23? Mit der Truganov? Warte mal. Aufschrauben. Warte mal. Warte mal. Was ist das? Alles klar. Echt schwer. Was ist schwer. Ich werde dir einen Fehler machen. Du bist zum Blatt, zum Messern? Ernsthaft? Du bist zum Blatt, zum Messern? So. Das sollst du büßen. Acht Angriffe. Zwei. Drei. Vier. Fünn. Sechs. Du bist ja auch verrückt. Du hast den Blatt echt herausgefordert. Und schaut mal. Der hat ordentlich Eifer bekommen. 30 Trefferpunkte. Okay. Was haben wir da? Eines der oben. Ja, das ist ja cool. Das Level ist schon ganz cool. Der hat sich auf jeden Fall ergeben. Das macht mir richtig Spaß gerade. Das wollte ich jetzt kurz gar nicht. Gut. Der ist gepanzert am Kopf. Hä? Der hat nur so Bandana an. Oder? Wieso ist der gepanzert am Kopf? Fünn. Fünn. Naja. Eis hier. Yo, watch my back. Ich sag euch Eis. Mach den. Ne. Mach den nicht. Ich muss doch wieder Reaper ran. Bevor sie sich für meine Kugel. Natürlich geht es gut. Wir sind wirklich Helden, die alle Schmerzen verbrüllen. So ist es. Wir haben eine gute Moral. Ich sehe dich, Killer. Okay. Wo sind denn noch Gegner? Ich sehe keine mehr. Vor allem müsste er in dem mal was tun. Dafür haben wir ihn ja. Ich schlepp den die ganze Zeit mit. Kannst du auch verarzten, Grizzly? Tatsächlich. Na, dann mach das. Ich warte jetzt einfach mal. Ah. Lat, wie schaut's aus? Nochmal acht Stück. Ja, klar. Eins. Zwei. Drei. Super. Ich mag den. Der ist super. Wenn da ein Gegner rankommt, gibt es nichts Besseres. Sollte mir den Magic gar nicht so vorlaufen. Der ist nämlich ehrlich gesagt ein bisschen angeschlagen. Lass doch mal den Sossi hier ran. Der kommt hinten aber nicht raus, oder? Der ist ja außen rumlaufen, oder wie. Der ist ja außen rumlaufen, oder wie. Ich kann mal den absolut known. Der остe auch resoluert. Er ist ja außen rum. Und das ist ja außen rum. Liegt halt so ein bisschen an dem Riesengewehr. Ach, guck mal. Nichts, auch nicht. Und jetzt hast du nicht genug Aktionspunkte. Wir probieren es trotzdem. Scheiße! Jetzt steht er da. Jetzt steht er da. Ganz schlecht, tatsächlich. Reaper. Von da aus kein Schuss fällt. Sieht nicht gut aus. Der kann schon eher was machen. Vielleicht kriegen wir wenigstens einen getötet, damit der Magic nicht ganz so... Perseverance and Faith, mein Freund. Ja, guck mal. Oh, die haben noch nichts gehört. Doch, haben sie. Oh, ist auch einer. Jetzt mal langsam mit den jungen Pferden. Wir müssen ein bisschen aufpassen, weil der Magic ist schon ziemlich angeschlagen. Ich würde gerne erst mal mit den anderen agieren. Und ich würde gerne da oben mal... ...irgendwie... ...weckillen. Und... Es scheint ein bisschen schwierig, da oben zu sein. Aber ich denke, nicht unmöglich. So viel dazu. Reaper. Reaper. Der hat gar nicht so viele Gratzbewegungen, ne? Das ist ein bisschen schade. Aber er hat 17 insgesamt. Das ist natürlich... Ja gut, der ist mit, äh, mit hier Moral. Okay. Aber trotzdem... Das ist schön. So, vielleicht, ähm... Gucken wir mal, ob der Shadow theoretisch in der Lage wäre, dahinten den da. Das sieht nicht gut aus. Das ist auch bestimmt kein zerstörbares... Hat er nicht so... Jetzt auch. Okay, jetzt. Deckung, Kopfschuss, Reichweite. Vielleicht lassen wir den Kopfschuss mal. Am Schluss ist auch nicht besser. Unterleib. Auch nicht besser. Bein ist auch nicht besser. Ein Oberkörper. Ist geschützt. Ziel in Hocke bringt auch nicht so viel. Ich probier's mal. Nee, das war nix. Der ist ein bisschen zu weit weg. Ich weiß auch nicht, ob's irgendjemand schaffen kann. Wenn's einer schafft, dann Eis. Ja. Oh, der hat sich hingelegt. Nee. Nee. Wir müssen da rum. Wir müssen da rum. Wir müssen da rum. Ich geh jetzt mal mit Blatt. Und dem Magic nach vorne. Scope noch. Scope noch. Scope können natürlich auch von... Warte mal. Scope könnte natürlich versuchen, von da hinten in der nächsten Runde in den Schuss zu landen. Die können's sogar schaffen. Wo kommt jetzt der her? Scheiße. Und noch zwei. Ja, das hätten wir ja fast denken können, ne? Dass es nicht der einzige ist, da rum. Oh, Scheiße. Niemand hat zu viele Schnapperhörer gebetet. Ähm, ich muss nur schauen, dass ich den hier mal wegbringe. Ich weiß jetzt auch nicht, was ich mit dir mache. Bei Messern kann ich ja niemanden. Aber in Deckung gehen könnte. Oh, geh mal in Deckung. Das scheint ein ziemlich gutes Schussfeld zu sein. Und trotzdem nur ein Streifschuss. Oh, und der hat einen... Ach, der ist hinter... Der ist hinter... Ich hab viermal Plus und einmal Minus. Erfahrener. Reichweite. Schwerer Kolben. Untreffsicher. Alter, Reaper, du bist im Moment... Du bist im Moment... Unschlagbar. So, und jetzt haben wir den Typ, das ist natürlich... Aber in dem Sinne ist es ganz gut, dass ich nur Leute zurückgelassen hab. Ich brauche einen Pflaster. Ich brauche einen Pflaster. Iwan! Komm, das schaffst du. Ja, das schaffst du. Und noch eine Geschicklichkeit bekommen. Ja, super. Okay. 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 Ah, der Typ, der ist wirklich gelichter. Selbst mit 100%. Und du siehst den gar nicht? Du liegst, oder? Das ist eine gute Möglichkeit. Aber es ist zu weit. Ach so, ist außer Reichweite. Okay. Ich glaube, es ist einfach mieses mit dem. Ja, die Frage ist jetzt, ich muss ja irgendwie da hoch. Die Frage ist, wie kommt man denn da eigentlich hoch? Unerreichbar. Unerreichbar. Ich muss den versuchen, mal da hinten irgendwie abzuknallen. Ich kann mich abtarnen. Das ist natürlich gut. Es gibt doch von hier aus kein Schussfeld tatsächlich. Schwierig. Schwierig. Sie auch nicht. Einfach da oben vielleicht. Okay. Uh, Gefangener, oder was? So, was ist mit dem anderen Typ hier? Wo ist denn der geblieben? Was ist denn? So bin ich AP. Entschuldigung. Und so, Player. Ihr könnt auch da rein und dann wahrscheinlich da hoch. So, wir müssen das hier zerstören. Oh, da ist einfach eine Falle. Der hat nicht genug Aktionspunkte jetzt, ne? Tja. Kriegt erstmal wieder eine eingeschenkt. Ich kann auch tatsächlich gar nichts machen, weil der auch in der... ...da liegt quasi. Wo ist jetzt der hin? Scheiße, ist weg. Hä? Wo ist jetzt der hin? Verdammt. Ja. Roger das. Keep it quiet. Keep it quiet. Hä? Wie ist denn jetzt der da hochgekommen? Feierabillen. Feierabillen. Du hast ja gar nicht getroffen. Doch! Du hast blind gefeuert und hast getroffen. Wahnsinn. Okay, ja das ist natürlich super. Gut. Letzten Endes müssen wir irgendwie da rein und da rein. Dann denke ich... Also ich denke, dass da noch irgendwas zu tun ist. Richtig! Was? 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 Spiege jetzt. Hm. Hm. Wie die Mysterien des Lebens. Locked. Hm. Wir brauchen wahrscheinlich den Barry mal... I will do. Hat die jetzt echt von dahinten blind geschossen und den gekillt? Krieg ihn! Schau das! Oh ja, Blatt. Gut, du hast den Blatt gut erwischt. Aber Blatt wird dich jetzt erwischen. Du hast es. Okay, und wo haben wir jetzt hier der andere da? Oh, Junge. Jetzt kannst du was erleben. Aber. Was brennen, wieso brennen? Was ist denn die für Munition da drin? Splitter. Aber es hat nicht gereicht. Es hat nicht gereicht. Kannst du dich noch hinlegen? Ja. Fast tot, aber nicht tot. Das ist schade. Entstanden. Du könntest die ja heilen. Was ist denn hier? Gut. Äh. Ich weiß nicht. Blatt. Ach so. Barry müsste mal die Tür hier öffnen. Das tue ich gut, ja? Keine Sichtschane. Gibt es denn hier keinen, der mal diese Tür hier aufmachen kann von euch? Ach, der ist an seiner Dings, äh, krepiert an seiner Blutung. Okay. Ja, sehr gut. Sehr gut. Wir haben es geschafft. Und jetzt gibt es, äh, noch ein Gespräch mit dem Sledgehammer, würde ich sagen. Äh, mit dem Jackhammer. Warum hast du meine Präsenz? Du hast ein kriminelles Akt gegen eine legitime Grand-Xian-Detainment-Facility gemacht. Die Autoritäten werden davon hören. Wer bist du? Das Wachpersonal besteht aus Legion-Soldaten. Legion-Soldaten. Wer bist du? Mein Name ist Jacques Marteau. Und ich bin der Direktor der Adjani-State-Präsenz. Ich bin ein öffentlicher Servant. Und du hast kein Recht, meine Menschen oder diese Institution zu attacken. Du bist ein Krimineller. Und wer sagt das? Ich bin der Direktor einer respektiven Institution, die du unlautlich attackst. Du kannst uns nicht täuschen. Eis will etwas sagen. Du bist nur ein Tug, der denkt, dass er einen Spieler sieht. Du hast nicht gefällt mir. Geh' von mir. Du bist nicht mit mir schrecklich, Mann. Du bist nur ein Krook mit einem Batsch. Schlimmste Typ von Snap-A-Head. Ich versuche nur, Menschen zu helfen. Es ist nicht meine Schuld, dass sie leidig sind und sie ihre Schulden nicht zurückgeben werden. Schulden zu haben ist kein Verbrechen. Ich versuche nur, aber es ist nicht möglich, dass du deine Schulden verbrechen ist ein Krim hier in Grand Xi'an. Was kann ich tun? Such ist die Wahrheit. Vielleicht meine Verbrechener haben einige Menschen in der Präsenz. Meine Verbrechen ist nicht perfekt, was wir? Aber wer ist es? Lass sie, die ohne Schulden sind, die erste zu schrauben. Ich glaube nicht, dass ich schrauben habe. Aber ich bin nicht sehr gut an schrauben. Ich versuche nur, was ich nicht zu schrauben, was ich nicht zu schrauben, was ich nicht zu schrauben. Ich bin zu schrauben, um zu schrauben zu schrauben. Alles klar, alles klar. Ja, ich mache ein bisschen von Involuntary Workforce Distribution. Und in return, ich bekomme ein bisschen was für mich selbst. Es ist nicht so schlecht, wie es aussieht. Die Präsenz schrauben sie ihre Lohnen, und sie bekommen auch ein paar Überschrauben. Wir haben doch schon gekämpft, du Hirni. Wie bist du zum Gefängnisdirektor geworden? Die Präsenz schrauben sie diese Lohnen, weil er brauchte recruiter. Ich war nicht nur ein In-Mate. Ich war die Lieder der größte Spiel der größte Spiel. Die Präsenz schrauben sie das und ich die neue Direktor des diesem Lohnen. Kein Entschuldigung, aber du schraubst an deinem Job. Das Lohnen ist weg. Nur die Parten, die wir nicht brauchen. Sie? Direktion. Das Lohnen ist gut, die Kriminale in die Soldaten für die Legion. Zeit zu sterben. Nein, ich kann dir Geld geben. Ich kann dir Slaven geben. Es ist nur eine Sache, die ich will. Und es ist mir, die zu sterben. Tja, du Schwein. Und Port Kakao. Zehn Punkte Loyalität wegen Jackhammer hingerichtet. Und ich kriege noch seinen Loot. Oh ja, dreimal 26. Das Vieh ist heftig. Okay, Leute, wir machen an der Stelle Schluss. Ich muss ja noch looten quasi. Aber ja, das war doch spaßig. Cooles Level. Wie so oft in diesem Spiel. Ganz coole Level. Und ich habe mich, glaube ich, auch nicht so fürchterlich dumm angestellt. Auch wenn MD das wahrscheinlich anders sieht. Und Blatt hat ja abgeliefert, Leute. In dieser Falle hat ein Alarm ausgeguckt. Hä? Blatt hat abgeliefert, Leute. Blatt hat abgeliefert. In diesem Sinne, bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Und auf Wiedersehen. Das istセventar. Ich hechte. Ich hechte. Ich hechte. Ich hechte. Ich hechte. Ich hechte. Vielen Dank.